leute das ist kein clickbait das ist kein fake information das stimmt echt ich gehe weg von diesem kanal also ich gehe nicht weg ich benutze diese konto was ich benutze zum meine videos aufladen eben nicht nur als arbeitskonto für youtube video sondern auch als privatkonto und naja ich gehe nicht von diesem kanal weg aber ich habe schon einen zweiten kanal den namen lasse ich unten in der beschreibung aber ich will ein drittes kanal machen weil diese kanal wo ich jetzt habe hat mega viel peinliche videos oder nicht so gute videos und ich werde diese kanal benutzen weiß ich jetzt habe ich werde videos aufladen aber ich werde parallel noch ein oder mehrere kanal haben wo ich auch meine videos auflade wo etwa genau gleichen charakter wie diese wird haben ich habe auch in wix also google und vielleicht auch yandex und so weiter meinen eigenen website gemacht für musik weil ich ein musikproducer bin ja in paar tage soll es dort kommen ja auf diesem video wenn ich dann mein dritter kanal macht dann schreibe ich in kommentare so dass es mein kanal abonnieren und so weiter ja auf jeden fall ade leute ich verabschiede euch nicht so wahnsinnig ja tschüss schönen tag und geld dieser kanal behalte ich immer noch ich mache einfach noch mal eins oder zwei parallel aber diese behalte ich immer noch und lade immer noch videos auf also ade leute schönen tag und schöne zeit euch ich dann euch das